Hallo zu Friede, Freude, Smartphone und hier geht es weiter mit Ihrem Samsung-Kurs. Beim letzten Mal haben wir uns eine neue Telefonnummer gespeichert. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie diese Telefonnummer zu einem Favoriten machen. Das ist die Aufgabe 9. Füge Anne deinen Favoriten hinzu, überprüfe in der App Telefon die Liste deiner Favoriten. Sie haben in Ihrer App Telefon eine Favoritenliste und das macht es sehr viel einfacher, wichtige Telefonnummern zu finden. Heute zeige ich Ihnen also, wie Sie die Anne zu einem ihrer Favoriten machen. Dafür öffnen Sie die App Kontakte. In der App Kontakte tippe ich auf den Kontakt von Anne und jetzt habe ich hier rechts neben dem Namen ein Sternchen. Und dieses Sternchen ist weiß. Ich tippe einmal auf dieses Sternchen und jetzt ist das Sternchen gelb und damit ist Anne der Favoritenliste hinzugefügt. Mehr muss ich nicht machen. Jetzt gehe ich hier über den Homebutton zurück auf den Startbildschirm, öffne die App Telefon. In der App Telefon wähle ich Kontakte aus und hier in den Kontakten habe ich alphabetisch meine Telefonnummer, aber ganz oben habe ich Favoriten. Und unter Favoriten, da finde ich jetzt Anne Schöne. Ich muss hier also nur einmal auf den Namen tippen und jetzt tippe ich hier auf den Telefonhörer und damit rufe ich Anne schon an. So einfach fügen Sie also Namen Ihrer Favoritenliste hinzu. In Ihrem Kursbuch auf dem Bildschirm 2 haben Sie hier nochmal einen Aufkleber dazu und das ist das gelbe Sternchen und das klebe ich mir hier neben den Namen von Anne und weiß, ich muss nur dieses gelbe Sternchen tippen, um Anne meiner Favoritenliste hinzuzufügen. Beim nächsten Mal zeige ich Ihnen, wie Sie eine Telefonnummer ändern können oder auch wieder löschen. Vergessen Sie nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!